In der Ukraine sterben jede Stunde 50 Soldaten und Zivilisten, während die europäischen Kriegsheuler permanent Sanktionen verhängen, Waffen liefern und militärische Unterstützungsleistungen versprechen. Liebe Freunde der MFG, am 24. Februar jährt sich jetzt das zweite Mal der Angriff Russlands auf die Ukraine. Also zwei Jahre Krieg in der Ukraine, man kann auch sagen 730 Tage. Es ist glaube ich Zeit, dass man sich einmal auch mit Zahlen beschäftigt, aber vorab muss man sagen, jeder Mensch, der in einem kriegerischen Konflikt stirbt, ist ein Mensch zu viel. Es ist jedes Mal ein Vater oder eine Mutter, die nicht mehr nach Hause kommt zu den Kindern oder es ist jedes Mal ein Sohn oder eine Tochter, die nicht nach Hause kehrt zu den Eltern, zu den Familien und zu den Liebsten. Es ist eigentlich sehr schwierig und wenn man Berichte und Statistiken sehr anschaut, sind die teilweise sehr widersprüchlich. Ich habe aber da jetzt ein paar Zahlen erhoben, zumindest im Bereich der getöteten Zivilisten in der Ukraine dürfte man sich einigermaßen einig sein, dass es in etwa 10 oder 11.000 tote Zivilisten sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 und dass rund 11.000 Zivilisten verletzt worden sind und 7.000 Zivilisten sind vermisst. Das allein ist eine unglaubliche Zahl. Wenn man die Meldungen der jeweiligen Militärs anschaut, hat aber die Ukraine gemeldet, dass sie russische Soldaten getötet hat und zwar laut Aussage, laut Angabe der Ukraine 392.000 getötete Russen und die Russen geben an, wie viele Ukrainer sie getötet haben, die gehen aus von 383.000 getöteten Ukrainern. Die Zahlen dürfen im Sinne der Propaganda natürlich ein bisschen zu hoch angesetzt sein, aber alles in allem bestätigen auch internationale Militärexperten, dass hunderttausende Menschen zwischenzeitlich in diesem Konflikt, in diesem Krieg in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Interessanterweise machen die Konfliktparteien über eigene Verluste keine Angaben, sondern über die Verluste der Gegenseiten jeweils. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, 392.000 tote Russen, 383.000 tote Ukrainer und über 10.000 tote Zivilisten kommt man schwach auf 800.000 Menschen. In zwei Jahren bedeutet es im Durchschnitt jeden Tag 1.100 tote Menschen in diesem Konflikt oder pro Stunde ungefähr 50. Bezogen auf das Video, das du gerade anschaust, ist es so, dass nach diesen Zahlen statistisch gesehen während dieses Videos in der Ukraine im Krieg fünf Menschen sterben durch die Kampfverhandlungen, die dort unnötigerweise durchgeführt werden. Österreich klatscht die Sanktionen der Europäischen Union, Österreich klatscht die Militärhilfen der Europäischen Union, Österreich klatscht die Waffenlieferungen und die finanziellen Unterstützungen, die der Ukraine zur Verfügung gestellt werden und Österreich klatscht, wann davon gesprochen wird, dass die Ukraine der Europäischen Union beitreten soll. Liebe verantwortliche Regierende Österreichs, jetzt sage ich euch einmal was. Österreich ist ein neutrales Land und mehr als drei Viertel der Menschen in Österreich wünschen sich, dass Österreich die Neutralität beibehält und dann klatscht man nicht, wenn Sanktionen macht mit, dann klatscht man nicht bei Waffenlieferungen, dann klatscht man nicht, wenn Geld geschickt wird, damit Waffen gekauft werden können. Was setzt sich als neutrales Land ein? Indem Konfliktpartei 1, Konfliktpartei 2 einladen, nach Wien zum Beispiel zu Friedensgesprächen. In Wien und in Österreich hat es immer schon großartige Friedensverhandlungen gegeben, es hat einen Friedenskongress gegeben, es ist vermittelt worden im Nahostkonflikt und Ähnliches, man hat es sogar geschafft, dass im Kalten Krieg Russland und die USA sie in Wien getroffen haben und Gespräche geführt haben. Das macht nämlich ein neutrales Land die Möglichkeit bieten, dass Gespräche geführt werden, dass auf sicherem und neutralem Boden Friedensgespräche, Friedensverhandlungen geführt werden. Ja, aber nicht da einem Sky-Shield unter NATO-Kommando und Diktat beitreten, sondern wirklich echt neutral handeln. Geht die Europäische Union von einem raschen Ende aus in der Ukraine? Nein, das ist auch nicht so. Man hat doch vor ein paar Wochen gehört, dass die Europäische Union beschlossen hat, dass 50 Milliarden Euro und jetzt zahlt sich fest für die nächsten vier Jahre zugesichert werden. Also die Europäische Union geht schon jetzt davon aus, dass die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine noch vier Jahre oder länger dauern wird. Das heißt, vier Jahre lang jeden Tag über 1000 getötete Menschen in diesem Konflikt, anstatt Friedensverhandlungen zu ermöglichen, wie er sich für ein neutrales Land zimmen würde. Mein Mitgefühl gilt allen Menschen, die in diese Kriegshandlungen verwickelt sind, allen Hinterbliebenen, das heißt allen Eltern, deren Kinder nicht nach Hause kommen, alle Kinder, deren Eltern nicht nach Hause kommen, allen Freunden und Familien, die ihre Liebsten in diesem Krieg verlieren. Setzen wir uns ein, dass Österreich wirklich wieder neutral ist, laden wir die Konfliktparteien ein und ermöglichen, Friedensverhandlungen zu führen. Jeden Tag, wo der Krieg früher endet und wir mitgeholfen haben durch die Friedensverhandlungen, ist ein guter Tag, weil 1000 Menschen ihr Leben behalten dürfen. In diesem Sinne, es gehört einmal gesagt, und es ist wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen, nehmt an jeder Demonstration, an jeder Kundgebung und an jeder anderen Organisation und an jedem Vortrag teil, wo es um die Neutralität geht, redet mit euren Gemeinderäten, mit den Abgeordneten, die ihr kennt, schreibt Briefe und E-Mails an die Regierung und fordert ein, dass Österreich endlich neutral ist, neutral handelt und nicht bei der Kriegstreiberei der Bundesregierung mitmacht. In diesem Sinne, genau so geht Protest, genau so geht Widerstand, genau so geht die Politik der MFG, frei, mutig und ehrlich.